Ich habe jetzt also ein AI-Orakel gebaut, das du testen kannst, deine E-Mail eingeben kannst, Vorname, grösste Herausforderung im Marketing und deine Website-Adresse und absenden kannst. Die E-Mail wird nicht gespeichert, wird auch nicht an die AI weitergegeben, nur die Website-Adresse braucht es dafür, um zu sehen, um was es bei deinem Business geht. Und dann kriegst du eine E-Mail, einmalige E-Mail mit grössten Herausforderungen und einem Quick-Win, das du vielleicht, wenn du Glück hast, sofort umsetzen kannst. Bis jetzt hat das recht gut funktioniert. Also, ich sende hier da zum Beispiel Sam und regelmässig Kunden gewinnen ohne... Oh nein, wollen ja niemandem Nerven. Das ist wahrscheinlich ein bisschen witzlos, wenn ich das reinpeppe. Also suche ich jetzt einen Hundesitter in Düsseldorf. Das muss eine selbstständige Person... Ich klicke niemandem die Google-Ad-Budgets weg. Ich will eine selbstständige Person finden. Ich habe jetzt nach ein bisschen Suchen das gefunden, keine Ahnung, wie gut das ist. Aber es ist Dierks Hunde Hort, nicht genau das, was ich gesucht habe. Warum ist jetzt ein Van da? Leben Sie dort? Okay, Dirk, ich habe jetzt deine Website. Und ich peppe deine Website hier rein. Ich schreibe nur simpel Kunden gewinnen rein, oder? Ich sende das. Oracle hatte ich gehört, checke deine E-Mail. Dirk, oder jetzt eben ich, weil ich meine E-Mail hatte. Da ging jetzt von diesem Elementor-Formular auf meine Website. Wurde die Website von Dirk abgeholt. Und durch AI gejagt und eine E-Mail generiert. Wir schauen an, ob diese E-Mail taugt. Hier also die E-Mail. Höre, Sam, höre. Ich hätte Dirk reinschreiben sollen. Ich habe gesehen, dein Business bietet Hundebetreuung in Düsseldorf an. Super. Leute wie du, Dirk, haben oft diese drei Herausforderungen. Erstens, mehr Kunden gewinnen. Ja, das habe ich auch. Ich habe Kundengewinnen reingeschrieben. Zweitens, Online-Sichtbarkeit verbessern. Okay. Und drittens, Vertrauen bei Neukunden schaffen. Ja, okay. Aber jetzt nicht wirklich tiefe neue Erkenntnisse. Mein Quick Win für dich. Aktiviere eine Online-Buchungsfunktion, um den Anmeldeprozess für Neukunden zu erleichtern. Finde ich jetzt recht cool. Das heisst, Dirk, wenn du das siehst, Oracle hat recht. Aktiviere da ein bisschen mehr. Straightforward. Ich will niemandem anrufen. Ich will eigentlich die Telefonfunktion von meinem Smartphone gar nie verwenden. Okay. Du kannst das selber ausprobieren. Der Link ist unter diesem Video. Oder eben einfach samsteiner.net slash ai minus oracle und du kannst dann auch auf die E-Mail antworten und mir mitteilen, wie gut das wirklich passt zu deinem Business. Bin gespannt. Gib mir einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal. See you soon. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.